Für europäischen Geschmack fallen diese Dienstagabende in Lusaka sicher in die Rubrik Exotik. Doch mindestens so exotisch wird für die meisten von uns sein, was mittwochsabends in einem neuen Londoner Club passiert, im Batcave, in der Fledermaus-Höhle. Batman lässt grüßen und all die Hexen, Gnome, Teufel und Horror gestalten, die schon immer der Jugend dazu dienten, gegen die Gesellschaft und die etablierte Kultur zu protestieren. Die Unterdrückungen des Tages werden in diesen Diskos, die immer wieder neu entstehen und vergehen, herausgeschrien und herausgetanzt. Um in der britischen Massengesellschaft aufzufallen, ein Individuum zu sein, muss man Individualität zur Schau stellen, manchmal auch zur Schau tragen. Was dem einen der Rolls-Royce, das ist dem anderen die ausgefallene Garderobe. Walter Helfer beschreibt die Ghouls, eine neue Variante der Londoner Subkultur. Wenn abends, kurz nach zehn, für Musicals und Theater der Vorhang fällt, wimmelt es noch einmal im Londoner West End. Das Publikum, nach zweistündiger Kulturinfusion angeturnt, wenn auch in sehr bürgerlicher Form, strebt eilig heim ins Haus oder Hotel. Das Londoner Theaterviertel kennt diese Eppe und Flut der Besuchertide an sechs Tagen in der Woche. Nur am spielfreien Sonntag bleibt es rund um die Uhr still im West End. Neuerdings wird der gewohnte Wochenrhythmus gestört, und zwar Mittwochnachts. Wenn die Bürger mit Pelz und Anzug das West End verlassen haben, wirkt das leere Stadtviertel wie eine Geisterszene. Mittwochnachts allerdings nicht lange, denn um halb zwölf tauchen plötzlich Gestalten, wie hier in der Carnaby Street auf. Ihr Ziel das Bed Cave, die Fledermaus-Höhle, der Treffpunkt der Ghouls in Soho. Ghouls waren die bösen Geister im alten Arabien, deren Vorliebe es war, Leichen zu fressen, Menschen zu erschrecken. Diese Dämonen waren so heidnisch, so böse, dass Prophet Mohammed beschloss, sie aus seinem Koran zu verbannen. In London nun feiern die Ghouls fröhliche Wiederauferstehung. Einmal die Woche, Mittwochnacht. Bevor das Wednesday Night Fever in der Bed Cave Temperatur erreicht, werden die Ghouls gefilzt. Nicht nach kabbalistischem Gerät oder Waffen, sondern profan nach unerwünschten Flachmännern mit Alkohol, sucht der Sicherheitsbedienstete, um den Umsatz an der Bar der Fledermaus-Disco zu sichern. Die Ghouls, die Mittwochnachts aus ihren Löchern kommen, sehen sich als eine Geheimgesellschaft, die kein modisches Aufsehen sucht, sondern mit ihrem bizarren Narzissmus, ihrer schwankenden sexuellen Zugehörigkeit, alleingelassen sein will. Der nächtliche Tanzabend der ghoulischen Subkultur beginnt mit herkömmlicher Diskomusik. Erst in fortgerückter Stunde werden die Specimen, die Hausband im Bed Cave, ihren satanischen Gothic-Rock live zelebrieren. Der Ghoul links und der in der Mitte gehören zu der Dämonenband, die gerade von einer erfolgreichen Tournee aus den USA zurückgekehrt ist. Ihr bisexueller Horror, das Leitmotiv des Gothic-Rock der Specimen, ist drüben gut angekommen. Beweis dafür, dass die Briten noch immer ihre Vettern auf der anderen Seite des großen Teiches mit exotischen Einfällen versorgen. Ein lebender Alligator als Haustier gehört dazu. Die Bar des Bed Cave, die aussieht wie jeder andere im West End, wirkt wie ein Fremdkörper in der sanft-satanischen Dämonenwelt während dieser Mittwochsmaskerade, zu der sich der Stamm-Ghoul Ian Jones wöchentlich einfindet. Eine tätowierte Fledermaus weist diesen vermutlich weiblichen Ghoul als zünftiges Mitglied des verrockten Dracula-Clubs aus. Ein echter Ghoul braucht indes keine Tattoos, um seinesgleichen zu erkennen. Andere optische Signale sind reichlich vorhanden. Die neue Spezies, die das nächtliche Londoner West End einmal die Woche heimsucht, ist licht- und kamerascheu. Man will beim Tanz der Dämonen unter sich sein. TV-Crews der amerikanischen Gesellschaft ABC und des New Yorker Kabelkanals Music TV bevölkern an diesem Mittwoch die Bed Cave. Der Erfolg der Band Specimen in den USA hat Scheinwerfer ins gewohnte Dunkel der Fledermaus-Höhle gebracht. Die ghoulischen Nachteulen wissen nicht recht, wie es ihnen geschieht. Zwei liebende Gleichgeschlechtliche agieren konfus vor den Scheinwerfern wie Mücken vorm Licht. Diese Mittwochs-Dämonin meint, in drei, vier Wochen werde sie die Höhle verlassen, sich einen neuen Rastplatz suchen. Sie will im Untergrund bleiben, ihre Privatsphäre erhalten. Es mag wunderlich klingen, aber sie will das kultisch Geheime der Bewegung bewahren. Also immer einen Schritt den Verfolgern der Medien voraus sein? Die Specimen, die Geräuschfabrikanten der Ghouls, können sich allerdings nicht mehr in den Ozean des Londoner Untergrunds zurückfallen lassen. Bang, bang, you wanker, fuck off. Now come here darling, I love you. Sie haben ihre gutische Rockshow bereits vermarktet. Iain Jones und sein Mädchen kehren bei uns. Bei Sonnenaufgang zurück nach Hause. Der Tanz der Dämonen endet um sechs Uhr morgens. Für Iain gilt es nun, das satanisch Schöne zu entfernen und die Rückkehr ins bürgerliche Leben vorzubereiten. Es war sicherlich nicht die Musik oder die Geselligkeit in der Fledermaus-Höhle, die ihn Mittwochnachts ins Westend lockte, sondern der Hochgenuss, eine verruchte Identität für ein paar Stunden zu kosten. Frankie Boy hilft akustisch, die Rückkehr in die real existierende Welt zu erleichtern. Gute Scharrock bleibt zurück in der Batcave. Die Rollenverteilung an diesem Donnerstagmorgen ist wieder in Ordnung. Sein Mädchen kann ausschlafen, der abgeschminkte Eintagsdämon Iain Jones muss hinaus, um Geld zu verdienen. Nächsten Mittwoch wird er wieder in den Untergrund der Londoner Ghouls abtauchen. Bis dahin aber muss er arbeiten, in der Londoner Zollbehörde. Voraussichtlich am 20. März erscheint Stefan Heims.